Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Challenge in Spintires Mudrunner mit mir Francesco. Heute müssen wir einen Trailer in den Sümpfen finden und ihn zurück zum Camp bringen bis 6 Uhr. Wir müssen jeden Wegpunkt erreichen und fluoreszierende Blumen finden. Wir sind hier, da ist ein Watchpoint und da ist ein Watchpoint. Das heißt, da fahren wir auch erstmal hin. Irgendwie versuchen wir hinzukommen. Wahrscheinlich eher den Umweg, den wir fahren werden gerade, aber Hauptsache wir finden den Trailer und schaffen das alles in der vorgebenden Zeit. Wahrscheinlich eher weniger, weil ich gerade irgendwie auf dem falschen Weg war. Ich würde sagen, wir haben nur Abdeckepampen. Ich würde sagen, wir haben nur Abdeckepampen. Abdeckepampen bleiben. Sagt der und die Beiner stecken. Oder bleiben wir sogar stecken. Vorne zumindest der Wegpunkt, wir bleiben nicht stecken, aber wir werden halt extrem langsam und haben nur noch 5 Stunden Zeit. Das ist natürlich ungünstig. Abdeckepampen bleiben. Komm, das schaffen wir. Oh, das wollte ich drücken. Ja, ihr habt einen Sumpf halt. Und wir müssen immer noch den Schmelder finden, wir haben noch aus den anderen Gruppen. Obwohl fahren wir lieber geradeaus, da sieht es ein bisschen lichter aus. Ja, da können wir jetzt ein bisschen mehr Geschwindigkeit aufkriegen, wir müssen immer noch den Schmelder finden. Ich hoffe, den finden wir halt auf dem Weg oder am Ende. Von einem Sumpf in den nächsten, das ist ja übelst, übertrieben anstrengend. Okay. Der Drittbaum. Der Drittbaum. Der Drittbaum. Der Drittbaum. Onergểu. So vollk nouvellig ist das Wasser drauf auch nicht. Dafür muss ich einmal so ein stück gesehen. Aber man kann ja nie genau wissen in wie tief der waunt ist. Und ich bin da einfach froh, ob ich gerade risico war nicht. Vielleicht finden wir den Trailer auf der Karte und muss dann aufdenken, wir werden es nicht sehen. Da ist er. Ja, das ist ja schön, dass das... Wow. Wir haben noch 3 Stunden Zeit, den Trailer zu nehmen und dann zum Campzug zu fahren. Möchtet ihr denn an? Ne, ich tue nichts. Ich muss erst mal so weiter fahren. Sumpf ist halt sumpfig. Ah, jetzt gehts. Kommen wir den Baum wieder entlasten. Der Schrank ist da hinter versteckt. Äh... Achso, das. Das ist der Trailer. Okay, ich dachte, es war einfach nur ein Haus. Alles klar. Oh je, Raum? Ne, doch nicht. Oh! Das ist mein Hincklein. Äh, ja. Ok. Nein, das folge ich nicht. Jetzt haben wir noch... Oh, wir haben richtig eine Zwecknot. Äh, da müssen wir hin. Äh, da... Äh... Na, ich würde sagen... ...lieber... ...hier so lang. Ich glaube, wir schaffen das aber nicht vor 6 Uhr. Das ist jetzt nicht... ...her im zweiten Anlauf, weil wir Sachen da schon freigeschallt haben für Wegpunkte und so weiter. Das ist schon immer wieder da, da muss ich nicht. Das ist schon immer wieder da, da muss ich nicht. So... Äh... Und nachher könnte das eine enge Kiste werden. Das rast daraus ja echt ziemlich aus. Das war noch geschafft, habe ich ja schon fast nicht mehr mit gerechnet. Nur hat nicht die Blumen gefunden, aber das ist ja auch nicht so wild. Ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ihr seht euch dann im nächsten Video mit der nächsten Challenge wieder. Ich bin's Francesco, mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.